In den vergangenen Jahrzehnten wurden weltweit enorme Summen in den Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen investiert. Offiziell lautet das Ziel, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern. Allerdings scheint dies nicht so reibungslos zu funktionieren, wie die statistischen Daten verdeutlichen. Die Frage, wie viele zig Billionen US-Dollar noch in diese als unzuverlässig wahrgenommenen Technologien fließen sollen, wird vielerorts gestellt. Die internationalen Zahlen der Internationalen Energieagentur zeigen, dass seit 2015 weltweit beeindruckende 11.721 Milliarden US-Dollar in den Energiesektor investiert wurden. Trotz dieser massiven Umverteilung von Geldern lässt sich jedoch nicht zwangsläufig von einem Erfolg im Hinblick auf die Dekarbonisierung der Produktion sprechen. Zwar hat sich die globale Stromproduktion aus Erneuerbaren seit dem Jahr 2000 von damals 2855 Terawattstunden auf 8533 im Jahr 2022 vervielfacht, doch auch die Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern verzeichnete ein Wachstum. Von 9610 Terawattstunden im Jahr 2000 stieg sie bis 2020 auf 17.385 an. Das bedeutet, dass die durch Erneuerbare erzeugte Strommenge sich zwar etwa verdreifacht hat, der fossile Energiesektor jedoch bei der Stromerzeugung um 80 Prozent gewachsen ist. Diese Zahlen allein verdeutlichen, dass eine vollständige Dekarbonisierung der Energieerzeugung zumindest in absehbarer Zeit faktisch unmöglich ist. Selbst wenn man die Investitionen in erneuerbare Energien von 2015 bis 2022 betrachtet, knapp 10 Billionen US-Dollar in acht Jahren hat dies die Stromerzeugung nur um 3000 Terawattstunden erhöht. Im Vergleich dazu beläuft sich die globale fossile Stromerzeugung auf knapp 17.400 Terawattstunden, fast das Sechsfache. Eine einfache Hochrechnung der Investitionen in grüne Energien würde das Problem also nicht lösen, da dafür auch erhebliche Mengen an Rohstoffen und Ressourcen benötigt würden, was die Preise in die Höhe treiben und Umweltzerstörung durch den Rohstoffabbau verursachen würde. Die Tatsache, dass fossile Energieträger noch lange Zeit eine bedeutende Rolle bei der Energieerzeugung spielen werden, ist unumgänglich. Die bereits vorhandenen deutschen Überkapazitäten allein reichen nicht einmal annähernd aus, um den Strombedarf des Landes zu decken. Da werden weder 60 noch 120 Billionen US-Dollar etwas ändern. Fakt ist, fossile Energieträger werden noch für lange Zeit eine gewichtige Rolle bei der Energieerzeugung spielen.